Wie ich in den Markt reingehe, triefe ich gute Bekannte von uns. Ja, grüß euch, mein Gut schaut's aus. Wie war's denn in eurem Urlaub? Sie hat mich angeschaut. Oh, mein Telefon ist gestürzt. Das müssen wir, bei mir, da muss ich schnell basteln. Und da erzähl ich weiter. Das kann ich nicht. Okay, gut. Jetzt hätte ich fast gesagt, das hätten wir auch können. Und ich wollte gerade sagen, das hätten wir natürlich selber nicht können. Also jedenfalls, ich neul in diesen Elektromarkt und triefe gute Bekannte von mir. Grüß euch, gut schaut's aus. Wie war's denn in eurem Urlaub? Grüß euch, gut. Grüß euch, gut. Grüß euch, gut.